Woche 4 Was ist Glück? Angenommen, du hast ein gut gefülltes Bankkonto, du hast viele Freunde, du hast zwei süße kleine Kinder, du hast einen angesehenen Job, du bist bei guter Gesundheit und du besitzt außergewöhnliche Fähigkeiten. Nun würdest du von einem Tag auf den anderen völlig ungeplant all dein Geld verlieren, all deine Freunde verlieren, deine Kinder verlieren, deinen Job verlieren, deine Gesundheit verlieren und auch deine Fähigkeiten verlieren. Würdest du dann noch glücklich sein? Jeder, der sich mit seinem Glück auf Erreichtes, auf Ereignisse, auf Menschen, auf Besitz oder auf Fähigkeiten stützt, muss dieses Glück durch ein Gegengewicht von Angst vor potenziellem Verlust erkaufen. Das, was uns in der Tiefe als Seele ausmacht, ist bedingungslose, ununterbrochene Glückseligkeit. Wird die Aufmerksamkeit wieder auf das göttliche Paar, dem natürlichen Zielort des Bewusstseins gerichtet, wird diese unverlierbare Freude erfahrbar. Wenn der Grund für die Freude weg ist, ist dann auch die Freude weg. Grundloses Glück gründet auf festem Grund. Selbst inmitten von Ereignissen, welche in der Welt als tragisch betitelt werden, will aus dem Herzen der wachen Seele plötzlich eine unsägliche Freude durchdringen. Zuerst zuckt man fast ein wenig zusammen, ob dies denn gesellschaftlich noch erlaubt sei. Es stellt keine Beschönigung des Offensichtlichen dar, sondern nur ein Durchdringen dessen. Man berührt einfach die Essenz von allem, die unter allen Phänomenen liegende und alldurchdringende aneinander. Wenn alles aufgelöst ist, wenn kein Stein mehr auf dem anderen steht, wenn alles wegstarb, woran man hing, dann ist da nicht Leere und Öde, sondern durchströmende Liebe. Sie ist kein Gefühl und auch kein Erlebnis, sondern die innerste Substanz der Schöpfung. Im radikalen Fallenlassen von sich selbst durch alles vermeintliche Festhalten hindurch wird sie erahnbar. Im Bemühen nach Bedürfnisbefriedigung existiert nicht Zufriedenheit, sondern es generiert nur neue Bedürfnisse. Neue Waren führen zu neuen Bedürfnissen. Wenn man selbstentfremdet lebt, in Klammer außerhalb der Seele, zwängen sich wesensfremde Bedürfnisse ständig auf und erzeugen den Nimbus von Glück. Aber genau darin betoniert man die Selbstentfremdung. Erwerben, besitzen, erweitern. Das sind eigentlich ausgediente Paradigmen. Die Seele sehnt sich nach abbauen, abgeben, loslassen und sich zu verneigen in Freiheit. Nach der Freude der bedingungslosen Hingabe zu Radha und Krishna. Es gibt ein Erlebnisglück, welches man manchmal hat und manchmal auch nicht verfügbar ist. Die tiefere Form von Glück kennt nicht einmal ein Wieso. Es ist ein unbedingtes Glück, welches nicht von Bedingungen abhängt. Dieses Glück kennt keinen Anfang und kein Ende. In den Phasen, wo es einem in seiner Biografie nicht gut läuft, bleibt dieser Grundstock von unzerstörbarem Glück erhalten. Es bleibt inmitten der Traurigkeit und des Kummers und relativiert selbst die Momente der überschwänglichen äußeren Freude. Es ist ein Glück, das nicht mit dem Wohlgefühl verwechselt werden darf. Viele zelebrieren das kleine private Wohlgefühl. Im eng abgesteckten Garten des eigenen Ich existiert aber nur Unerfülltheit. Erst wenn die Vereinzelung aufgehoben wird und die Verbundenheit mit allem, was aus Gott strömt, entsteht, ist tieferes Glück effektiv erfahrbar. Glück ist die innere Grundhaltung, die nicht von Spaß und Schmerzen beeinflusst wird, welche unweigerlich und ohne unser Zutun in dieser Inkarnation an der Oberfläche des Lebens auftauchen. Es ist abgekoppelt von dem, was uns widerfährt. Freude ist unabhängig von dem, was uns glückt oder missglückt. Ich selber als Seele bestehe aus unzerstörbarem Glücklichsein. Deshalb spricht Krishna Indigita 3.17 davon, dass derjenige, der Freude im eigenen Selbst erfährt, befreit ist von den Kompensationshandlungen an der Oberfläche. Die allerwunderbarsten Erlebnisse in einem glücklichen weltlichen Leben sind nie vergleichbar mit der Innenschau. Bereits der erste Geschmack der Gottesbegegnung ist von einer gänzlich anderen Qualität als die schönste Welterfahrung. Das falsche, übergestülpte Identitätsgefühl ist durch diesen geschenkten Einblick noch nicht abgestreift, sondern nur zeitweise geschwächt. Für die Stetigkeit der Erfahrung bedarf es der echten Gottesbeziehung. Sich zufrieden zu geben mit kurzen Momenten des Glücks, mit schnelllebigen, vergänglichen Augenblicken des Genusses, im Glauben, sie verlängern zu können, lässt die Hoffnung weiterleben, im Begrenzten erfüllt werden zu können. Es ist ein Verrat an der Wahrheitssuche. Innehalten für die Ausschau auf Radha und Krishna bedeutet nicht einmal die Zurückweisung des kleinen Glücks. Es ist das Sich-Entzünden-Lassen von einer Faszination, die einen aus aller Begrenztheit hinausreißen wird. Wir haben eine tiefe und grundlegende Entscheidungsfreiheit, sich dem Treiben des objektiven Geschehens auszuliefern oder eben eigenständig zu wählen. Gänzlich unabhängig der gegebenen Umstände ist unser innerstes Wohlbefinden. Diese Einsicht ist der Schlüssel zu einem Glück, das sich nicht mehr von äußerlichen Gegebenheiten nähert, sondern welches ununterbrochen einfach da ist, weil wir als Seele auseinander bestehen.